hallo und schönen guten morgen zurück bei mir auf meinem kanal mama kügelchen ich hatte ein sehr tolles kommentar bei dir sieht es immer so ordentlich aus nein kind bleibt unten so schaut es gerade aus homeschooling fängt jetzt auch an und während das kind homeschooling macht macht mama das also wie ihr seht heute ist montag und gestern ist hier dann irgendwann beim kochen das chaos ausgebrochen die spülmaschine wollten so wie ich wollte das heißt sie lief erst heute morgen dann durch jetzt ist sie fertig jetzt kann ich sie ausräumen und wieder einräumen und alles sauber machen und dann nehme ich euch natürlich mit ich wünsche euch wie immer ganz viel spaß und ganz viel motivation und wir sehen uns gleich wieder wo ist in her head that mir what she's heard before all the things they said to hold her back they never seem to leave her head intend to keep her mind at war all the things i said to hold her back they keep her locked inside of all the times when she's been Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020